Ah! Scheiße! Komm mal! Ich auch nicht nach dir! Die marschieren immer so, wenn die hier vorbeikommen. Warum spülen die nicht mal unsere? Die Polizei ist ein bisschen voraus hier. Na, das muss nicht sein. Ich werde festgenommen. In Berlin, da habe ich Fotos gemacht. Hallo! Der grüßt immer. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Der kennt die Polizei drauf. Hallo! Der marschierst du nächstes auch mit. Wo ist er denn? Jetzt muss ich es gehen. Ja, das ist richtig! Jawohl! Der ist der Papa! Der ist der Papa! Der ist ja gut auf unser Markus Kuppe! Hallo! Hallo! Guck, Elisabeth muss auch erst gucken. Guck, Elisabeth muss auch erst gucken. Oh, genau! Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Moin! 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 Weißt du was? Hallo! Guck mal! Guck mal! Jetzt ist der Prinz gleichzeitig auch im Hofstart! Ist er auch praktisch! Hallo! Guck, das ist der Nachwuchs! Matteo, da gibtest du nächstes auch mit bei. Hallo! Mennst du, Ninnis, auch bei? Ja, das war Kuschel, genau. Kuschel! Schönes Wetter, ne? Ja. Ja. Ja, Josef, steht ihr gut. Hahaha. Oh! Oh!